Milos Delmas ist ein ehemaliger jugoslawischer Fußballspieler. Delmas spielte in seiner Heimat Jugoslawien für Partisan Belgrad, mit denen er 1982 83. und 1985 86. jugoslawischer Meister wurde. In der Saison 1991 92. wechselte Delmas aus Frankreich von OG Zenit A zu Hannover 96 in die Deutsche 2. Fußball-Bundesliga. In der Winterpause verpflichtet, kam er verletzungsbedingt in seiner ersten Saison in Hannover nur zu fünf Einsätzen in der Liga. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Hannover musste er nach 80 Sekunden mit einer Zerrung wieder ausgewechselt werden. In seinem zweiten Spiel für Hannover, dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, gab er die Vorlage zur zwischenzeitigen 1-0-Führung für Hannover und verwandelte im Elfmeterschießen den ersten Elfmeter. Am Ende gewann 96 mit 6 zu 5 N. E. und stand im Finale. In Berlin gegen Borussia Mönchengladbach am 23. Mai 1992 gewann Hannover mit Delmas, der erneut im Elfmeterschießen erfolgreich war. Mit 4 zu 3 N. E. 1.992 93. und 1.993 94. machte er weitere 39 Spiele in der zweiten Bundesliga für Hannover 96 und erzielte dabei sechs Tore. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Delmas als Assistenztrainer bei Hannover 96 und übernahm am Ende der chaotischen Saison 1994 95. vom 31. Mai bis 18. Juni 1995 für zwei Spiele die Rolle des Interimstrainers. Er trat die Nachfolge von Peter Neururer an, der sich mit der sportlichen Führung von Hannover 96 überworfen hatte und kurz vor Saisonende beurlaubt wurde und ein Stadionverbot erhielt. Delmas erreichte nach einer Niederlage in Rostock im letzten Heimspiel der Saison ein Unentschieden gegen Waldhof Mannheim. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.